Vor vier Jahren in Sarajevo war es Silber, jetzt gewann er Gold, Frank-Peter Rötsch aus der DDR, Olympiasieger im Biathlon über 20 Kilometer. Dreimal, einmal mehr als der zweite und dritte, schoss Rötsch zwar daneben, doch in der Läupe war er so schnell wie kein anderer. Untertitelung des ZDF, 2020